Stephanie, ich hoffe, ich krieg den Refrain. Du kannst hier auch gerne mitgucken, das war alle. So, gemeinsam hier vom Blatt. Was flügt durch die Fichten dort am Wald des Rand? Ist das Musik? Das klingt interessant. Oft sind diese Klänge schön und betörend, doch auch leider manchmal klagend und störend. Das ist Musik, das sind nur Worte und Noten, das ist nur Musik, das ist Musik. Wir schrieben von Idioten, doch es ist nur Musik, das ist Musik. Das sind nur Worte und Noten, das ist nur Musik, das ist Musik. Der Sonne weiß von Tote, doch es ist nur Musik, das ist Musik. Sie kommt durch die Äter, den es angeblich nicht gibt. Sie ist bei Tieren und bei Greisen sehr beliebt. Sie kommt durch die Lüfte, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht greifen und trotzdem verstehen. Das ist Musik, das ist Musik, das sind nur Worte und Noten, das ist nur Musik. Das ist Musik, das ist Musik. Wir schrieben von Idioten, doch es ist nur Musik, das ist Musik. Das sind nur Worte und Noten, das ist nur Musik, das ist Musik. Der Rung ist mehr von Tote, doch das ist nur Musik, das ist Musik. Das ist Musik, das sind nur Worte und Noten, das ist nur Musik, das ist Musik. Der Rung ist mehr von Tote, doch es ist nur Musik, das ist Musik. Das sind nur Worte und Noten, das ist nur Musik, das ist Musik. Der Rung ist mehr von Tote, doch es ist nur Musik, das ist Musik. Das ist Musik, das ist Musik, das ist Musik, das ist Musik. Vielen Dank und es geht gleich weiter!